Hallo ihr Lieben! Der Dezember steht ganz kurz vor der Tür und klingelt bei uns an und deswegen komme ich heute mit einer richtig weihnachtlichen No-Bake-Torte mit Äpfeln, mit Spekulatius, mit einer leckeren Creme und das Ganze natürlich blitzschnell hergestellt, wenn man die Wartezeit außer Acht ist und ich zeige euch jetzt zuallererst mal die Zutaten. Wir benötigen Äpfel, Apfelsaft, Agartine, Vanilleextrakt, außerdem Puderzucker, Sahnefest und Spekulatiusgewürz, außerdem Mascarpone, Magerquark und Sahne und natürlich Spekulatiuskekse. So ihr Lieben, wir bereiten jetzt nämlich zuallererst die Apfelschicht vor und dafür müssen wir natürlich die Äpfel vorbereiten und ich werde jetzt erstmal schälen und dann das Kerngehäuse entfernen bzw. die Äpfel in kleine Vierecke schneiden oder kleine Stückchen, besser gesagt. Musik 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 So, die Äpfel sind vorbereitet, jetzt hole ich mir kurz meinen Topf und dann geht's weiter. So, in meinen Topf gebe ich jetzt den Apfelsaft und außerdem noch die Agartine. Und Agartine ist ein pflanzliches Gelee-Mittel und das muss einfach 2 Minuten lang sprudelt aufgekocht werden und dann geliert es schon ab ca. 35 Grad. Das heißt, eine super Alternative zur Gelatine. Jetzt rühre ich das einmal schön glatt. Musik Musik So, da gebe ich jetzt auch die Apfelstückchen mit dazu, aber noch nicht einschalten in den Herd. Das machen wir gleich erst. Musik Musik So, und da rein noch einen guten Schuss Vanilleextrakt. Musik Und bei dem Vanilleextrakt braucht ihr euch keine Sorgen machen, das ist komplett ohne Alkohol. So, und jetzt schalte ich den Herd ein und dann lasse ich das Ganze aufkochen und das muss dann wirklich 2 Minuten sprudelnd kochen. Musik Musik So, die 2 Minuten sind um und das Ganze ist jetzt fertig. Ich lasse es aber gerne nochmal 10 Minuten ausdampfen, damit ich das nicht ganz so heiß auf meine Frischhaltefolie gebe. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, nämlich unsere Backform. Und ich nehme hier eine ganz normale Kastenform. Das sieht am Ende nämlich richtig, richtig cool aus. Und damit unsere Frischhaltefolie besser hält, nehme ich hier gerne Backtrennspray, sprühe alles voll damit, mit dem Boden und die Seiten und dann gebe ich die Folie da rein. Musik Das bewirkt nämlich, dass wir später unsere Torte richtig schön rausheben können, das ist ein Kinderspiel, ich sag's euch! Musik So, jetzt könnt ihr das noch ein wenig glatt streichen, passiert aber eigentlich ganz von alleine. Und jetzt geben wir das in den Kühlschrank für 30-45 Minuten, bis es richtig schön fest wird. Wir nutzen aber die Zwischenzeit und bereiten schon mal die Creme vor. Für die Creme habe ich mir gedacht, verzichte ich mal auf die Küchenmaschine und benutze das Handrührgerät. Und jetzt gebe ich dafür Mascarpone, Magerquark, Sahne und auch die Süßungsmittel einmal in die Schüssel und dann rühren wir das erstmal glatt. Musik So, das ist alles drin und jetzt noch unser Spekulatiusgewürz, das macht alles so ein bisschen weihnachtlicher, winterlicher, schmeckt super lecker. Und dann natürlich auch noch Vanilleextrakt, auch eine ordentliche Portion würde ich sagen. Musik So, und jetzt werde ich das Ganze mit dem Handrührer auf niedriger Stufe so lange mixen, bis sich das alles miteinander verbindet. Musik So, die Masse hat sich gut verbunden. Jetzt geben wir unsere Sahne fest dazu, schlagen das eine Minute circa auf vollster Stufe richtig schön cremig und so, dass es auch richtig gut fest wird. Musik So, unsere Spekulatiuscreme ist fertig, die gebe ich jetzt bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank. Die Zwischenzeit nutze ich jetzt um hier so ein bisschen aufzuräumen und wenn die Apfelschicht ausgekühlt ist, dann machen wir endlich weiter. Ich helfe dir beim Aufräumen! Dankeschön! Niemals! So ihr Lieben, jetzt wird die Torte schön zusammengestellt. Die Apfelschicht ist richtig schön fest geworden und da geben wir jetzt zuallererst eine Schicht Spekulatiuskekse obendrauf. Musik Ich habe mir die Kekse auch so ein bisschen zurecht geschnitten, damit sie eben genau in die Form passen. Und jetzt geben wir die Hälfte der Creme darüber und dann wieder eine Schicht der Spekulatiuskekse. Musik Und das ist auch echt so eine Torte, da werden euch eure Gäste fragen, sag mal bist du verrückt? Warum bist du so lange in der Küche gewesen? Doch nicht extra für uns! Und in Wahrheit geht es ja super schnell. Es ist ja wirklich auch nur die Warte und die Kühlzeit und alles andere geht ratzi-fatzi. Musik Musik Und ganz oben drüber kommen jetzt nochmal Spekulatius, denn es wird ja später so ein Upside-Down-Kuchen. Das heißt die Apfelschicht ist am Ende oben. Es wird richtig, richtig gut aussehen. Musik Die Torte ist soweit fertig vorbereitet. Ich habe hier noch ein bisschen Frischhaltefolie und werde das jetzt nochmal schön ordentlich bedecken. Und dann müsst ihr nur noch die Kühlzeit beachten. 3 Stunden muss das Ganze kühlen. Aus folgendem Grund, die Creme wird richtig schön fest und die Spekulatiuskekse, die weichen ein, dann könnt ihr das auch richtig gut durchschneiden. Entweder könnt ihr das am Vortag zubereiten oder wie gesagt ihr wartet einfach 3 Stunden und dann zeige ich euch nachher natürlich noch die restliche Dekoration und den Anschnitt. Musik Nach der Kühlzeit wird die Torte nur noch umgestürzt auf eine Servierplatte und nach Wunsch mit gehobelten und gerösteten Mandeln dekoriert. Und dann könnt ihr euch sie endlich schmecken lassen. Mir persönlich schmeckt das einfach total gut, weil die ganzen Komponenten dabei sind. Apfel, Spekulatius, Vanilleextrakt, ich liebe das. Und ihr könnt das Ganze gerne nachmachen und euch dazu die Zutaten unten in der Infobox ansehen. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben gebt, fleißig kommentiert und mir eure Fotos mit dem Hashtag Kikis Kitchen auf Instagram zukommen lasst. Ansonsten abonniert doch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr und dann kommen demnächst weitere tolle weihnachtliche, winterliche Rezepte. Also bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020